Hallo zusammen, ein fröhliches Herzlich Willkommen in die Runde zur dritten von fünf Finalserien im großen Rocket 2019 Jackpot Finale. Es geht also hier um die Wurst. Es ist die dritte von fünf Serien. Die ersten beiden Serien liefen sehr gut bei mir, habe noch kein Spiel verloren. 800 Punkte aus den ersten 24 Spielen, sogar über 900 aus den zweiten 24 Spielen. Also, wenn es so weiter galoppiert, dann kann ich hoch zufrieden sein und werde ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Allerdings lehrt die Erfahrung, dass es bei Skat Durststrecken gibt und dass sie an sich immer dann kommen, wenn du sie nicht brauchst. Also so ähnlich beliebt wie ein Erdbeben. Es passt eigentlich nie. Hoffen wir also, dass ich heute hier ein bisschen weiter marschiere. Das wäre schön, aber beim Skat geht es natürlich in erster Linie nicht darum, sich gute Karten zu wünschen, auch wenn der eine oder andere Skatfreund das so sieht, sondern es geht darum, aus dem vorhandenen Material das Beste zu machen. Und wenn ich das hier so sehe, dann sage ich dazu erst mal nichts. Die beiden anderen sagen dazu umso mehr. Und Spieler 1 macht das Rennen in Mittelhand bei 23. Da geht er ins Gebet, da überlegt er eine ganze Weile, um dann allerdings staubtrocken ein Rang an zu sagen, dem ich mutmaßlich nicht besonders viel entgegenzusetzen habe. In Pik schnappt er auch noch zwei Bilder aufs Ass. Bedauerlich. Drei Buben hat er auch, wie wir hier am Pik Buben meines Partners erkennen können. Jetzt kommt der Moment, wo wir natürlich lässig aus dem Schneider raus galoppieren und das heißt, ab jetzt geht es nur noch im Gewinn, aber da war es das schon. Rest beim Alleinspieler, Karoflotte, Seitenass, noch ein weiteres. Also ein sehr gutes Spiel. Und im dritten Spiel könnte man denken, da hätte ich doch die erste Gelegenheit. Ja Gelegenheit habe ich wohl gehabt, hier 18 zu bieten, aber es ist mir zu gefährlich, denn ich habe zwar 6 Trumpf in Herz, aber quasi gar keine Beikarte. Im Gegenteil, da noch die ganzen Bilder stehen, die ich im Zweifel abgeben muss. So viel kann ich gar nicht drücken. Also wenn da keine sehr gute Verstärkungskarte wie etwa Pik Bube oder so drin liegt, dann stehe ich auf ziemlich verlorenen Posten. Das schaue ich mir also bei so einem längeren Turnier nicht an. Da bin ich defensiv eingestellt und gucken wir mal, ob jetzt die Gegenpartei in dem Sinne, in dem Fall Spieler 3, ihr Pik gewinnen kann. Ja sieht natürlich gut aus, kriegt in Herz gleich 25, äh 26 zu stechen. Und die Herz-Lusche war auch nicht blank. Oh, dann ist wohl Karoas noch gedrückt, dann ist der Spieler wohl schon längst zu Hause. 60 irgendwie schon liegen, wenn ich das hier richtig sehe. Plus die andere gedrückte, also so schlecht kann das Spiel nicht sein, dass es jetzt nicht gewonnen ist. So, überstechen, Trumpf rüberspielen. Ja, Kreuz König ist natürlich keine gute Karte. Deutet darauf hin, dass das Ass noch bei meinem Partner sitzt. Aber wie gesagt, warum sticht er dann nicht über? Spielt mich einfach in Trumpf wieder an, so wie er es jetzt macht. Ja, das ist doch tatsächlich sogar nur ein Viertrümpfer. Ein schlapper Viertrümpfer mit der bestellten Kreuz 10 und dem Ass zu dritt. Aber es läuft sowas von lässig, weil er im Aufschlag das Herz-Ass zu stechen kriegt. Und er macht hier noch 10 Augen mehr als er muss. Dieser Stich Dame-Dame-Abwurf-Kreuz-König war natürlich nicht nötig. Okay, also da gebe ich jetzt Spieler 1 nicht die volle Punktzahl. Es handelt sich allerdings nur um einen Abzug in der B-Note. Und was jaul ich denn? Manchmal sind es die kleinen Unschärfen, die die Karte dann auch drehen. Jetzt im vierten Spiel komme ich zu meinem ersten Auftritt und das ist gleich wieder ein richtiges Fund. Eingreie Hand mit 2, unverlierbar logischerweise. Nur 3 Stiche in der Abgabe maximal. Das Ganze mit 4 eigenen Vollen gespickt. Erstmal hier die Stehkarten abziehen. Jetzt mit Kreuz vorm Stich. Mal gucken, was da passiert, ob irgendwie der Schneider realistisch ist. Es wäre eher überraschend, aber versuchen tut man es natürlich. So, bei 18 Augen liegen kann ich Ihnen natürlich kein 13er Stich mehr gönnen. Von oben, von unten, na gut, sind sie auch rausgekommen. Und ein beruhigender Einstand mit so einer schönen großen Hausnummer. Ja, und das Ding wünscht man sich natürlich, dass man es für 18 bekommt. Aber es sind schon zwei Reizungen im Umlauf und das heißt, der Karohand ist mir mal wieder nicht gut genug. 5 Abgabestiche, sehr wahrscheinlich. Keine Kontrolle, jede Farbe mit. Also der ist nicht gut. Man würde natürlich gerne reingucken und den Kreuz Buben finden, so wie es früher immer war, aber eine Garantie dafür gibt es natürlich auch nicht. So, das kam recht schnell, das Trumpf Ass. Scheint mir blank zu sein. Ja, also 6 Trumpf, dann lieber den Buben abziehen und jetzt mal Kreuz rüber und gucken, ob da was geht. Und das sieht allerdings jetzt nicht gut für uns aus. Das sieht nicht gut aus. Also das hat Spieler 3 hier nicht im Siegsinne für uns abgewickelt. Guckt euch das mal an. Der Alleinspieler steht tatsächlich auf Kreuz damit zu dritt. Mein Partner hat Ass 10 König. Ich habe nur eine Lusche. Also wenn er mit Kreuz startet, statt mit seiner blanken, dann machen wir da sofort die 28 Naturpunkte in Kreuz plus 2 Ladungen von mir. Sind wir also schon bei 49 und machen noch den fetten Trumpfstich mit dem vollen. Also ganz leicht gewonnen, wenn er mit Kreuz startet. Und wir gewinnen es natürlich auch noch, wenn er hier nicht Kreuz Ass wimmelt, sondern Herz 10. Und wo ich jetzt den letzten Trumpf abziehe, wo er das eine Ass beim Alleinspieler schon gesehen hat. Ne, hat er nicht. Wo er die Stechfarbe schon gesehen hat. Da war es doch eigentlich klar. Also der Alleinspieler sticht am Anfang gleich den kleinen Karo. Da muss der eigentlich auf ein paar mehr Kreuzen sitzen. Es sei denn, er hat nur ein Zwei-Farben-Spiel. Also schlecht gezockt hier von Spieler 3. Das Spiel, sage ich mal, war jetzt ausgesprochen schmeichelhaft gewonnen vom Spieler 1. Der muss es natürlich mitnehmen. Der hat keinen Grund, sich jetzt zu beklagen. Keinen Fehler gesehen ist so der typische Spruch vom lachenden Alleinspieler nach so einem Vorfall. Aber wenn er keinen Fehler gesehen hat, ehrlicherweise hat er vielleicht nicht so genau hingeschaut. Ja, und dann kommt ein Grand hinterher. Gut, das ist natürlich, wo ich 5 mal Hertz habe, nur die 10 noch fehlt und der Grand in Vorhand mit drei Buben ist, ganz klar, dass die Hertz 10 im Keller ist. Also das wäre sehr, sehr selten, maximal vielleicht, wenn er wirklich nur Hertz-Lusche 10 als Abgabestiche hat, dass er da auf Schneider spekuliert. Dann hat er in dem Fall richtig spekuliert, aber meistens ist die 10 im Keller und ich spiele ihn jetzt einfach in seinen Kreuzass rein, lasse ihn mit seinem anderen Krempel antreten. Das ist hier für uns der beste Plan, auch wenn er wahrscheinlich nicht zum Sieg reicht. Aber mein Partner hat in Pik noch ein bisschen was vor. Der geht in den tiefen Schnitt mit der 9, will also wohl noch zwei weitere Stiche in Pik machen. Ja, Problem ist nur meine Wenigkeit. Ich habe einfach nichts zum dazu buttern. Es sind nur ein paar Damen, die ich legen kann. So, jetzt kommt da wohl der Pik-König. Ist aber natürlich auch unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Herz 10 gedrückt und Pik 10. Warum sollte Spieler 1 in Vorhand auch sich so eine Blöße geben? Das hat er nicht nötig. Das war trotzdem in dem Fall sicher kein Fehler von meinem Partner. Der muss es eben trotzdem versuchen, im Siegssinne, dass die 10 doch zu schnappen ist. Das könnte doch mal was sein. Zwei Buben, Ass zu dritt, Ass zu dritt, aber da kommt schon wieder die 20 aus Mittelhand. Ja, und ich möchte natürlich ein bisschen flexibel bleiben, das Spiel noch taufen, was ich finde, also ob das Herz oder Kreuz ist. Der Herz ist natürlich auch etwas stärker als der Kreuz, weil ich ein Kreuz in der Beikarte, also im Herz in der Beikarte noch den Kreuz König habe. Also steige ich mit einem weinenden Auge hier aus dem Geschäft schon wieder aus. Da haben wir erstmal voll getroffen. Das ist erfreulich. Und auch hier geht es weiter. Karo Ass rausgenommen. Okay. Gut, ich denke, da müsste ich mal jetzt stechen. Ah, Überstich. Na dann sind ja wahrscheinlich, also mindestens Karo 10 im Keller, vielleicht sogar Karo 10 und König. Dann war das alles doch nicht so glücklich getroffen, wie ich dachte. Gucken wir es gleich mal an. Ja, da hat mein Partner die blanke Herz 10 und der Alleinspieler hat den König zu dritt hoch gehalten. Ungewöhnlich gedrückt, würde ich mal meinen. Normalerweise mit Karo Lusche König 10, wenn er sie denn wirklich hatte, und Herz, Lusche, Dame, König, würde ich eher erwarten, dass da Herz, Dame, König gedrückt sind. Ist an sich die etwas stärkere Variante, aber dafür klappt das natürlich so auch oft genug. Es sind verdeckte Karten. Es sind auch diese kleinen Zufallsmomente im Spiel, welches Ass schlägt der Gegenspieler auf. Das lässt sich alles gar nicht so genau vorweg planen. Also manchmal ist auch die zweitbeste Drückung im konkreten Spielverlauf die beste Drückung. So, ich habe meinen einen Auftritt gehabt. Ansonsten Schonkost. Spieler 1, der schon ganz gut losgelaufen ist, kommt wieder für 18 ran und er hat wieder einen Grang. So, das sieht ja aus, als wäre Pik Ass gedrückt. Ja, Karo Ass auch noch. Also geht einfach über die Dörfer, zieht 4 Volle hin, alles läuft, hat mutmaßlich längst gewonnen mit den beiden gedrückten Vollen. Ja, war aber nur einfach, war nicht ohne 4, musste aber natürlich den Buben nicht mehr ausspielen, nachdem er in einer Farbe schon angespielt war und in dieser Farbe quasi offen war. Ich wollte es nur mal erwähnen, hier Spiel 9, ich habe 18 geboten. Nicht, dass es nachher wieder heißt, ne. Aber es ist natürlich auch am ehesten noch ein 0, mit allerdings zwei groben Baustellen und meistens lässt sich im Skat nur eine reparieren. Es könnte auch mit einer sehr guten Findung natürlich ein Herz oder ein Kreuz werden, wenn ein Kreuzbube oder weiß ich sowas in der Art drin liegt. Deswegen die 18 aber nur angereizt und traurigerweise spielt Spieler 1 einen Pik, wo ich mal wieder nur die beiden Buben dagegen habe. Und das ist, wie es ausschaut, erneut eins dieser Spiele, bei denen wir nun nicht im Entferntesten irgendwas anknabbern können. Hier nochmal ein Bild gerettet, Auftrumpf 10, das habe ich doch sofort erschnüffelt, nur das nützt natürlich überhaupt nichts. 74 für einen Alleinspieler und ein teures Ding, schon wieder ohne 4, 55 Punkte. Also Spieler 1 545, Beispiel 9, der ist mal gestartet wie eine Rakete, wie man beim Rocket ebenso startet. und wieder ist es Spieler 1. Man neigt ja durchaus dazu, wenn alles auf einem Haufen landet, dann schon so ein Stück weit parteiisch zu sein, beim Reizen dem anderen mal die Daumen zu drücken, immer für den Underdog. Aber 40er Reizung, ein Spiel mit rein, Trumpf sitzartig, Trumpf Ass gezogen. Ja, Kreuz Ass auch gleich rausgenommen, also wahrscheinlich steht er noch auf Kreuz 10 Lusche, aber dieser eine Stich mit der Kreuzdame, der würde uns nicht aus dem Schneider bringen. Den Stich gebe ich lieber gleich auf und versuche, ob es doch übers Pik Ass geht. Also auch da Karte sitzt gut, Trumpf 3-2, Kreuz Ass blank, besser geht's gar nicht. Also Herz mit 3 Schneider, Spieler 1 marschiert. Er marschiert fünf schöne Spiele von sechs und ja, so ist es beim Skat. Da schaust du manchmal nur staunend zu und die Geschichte ist hier, wie wir sehen, noch lange nicht vorbei. Spieler 1 setzt sich hier also ganz gehörig ab und ich denke ja schon, dass ich an einem der vorderen Tische bin, vielleicht Tisch 2 oder 3 oder 4, also auf jeden Fall im oberen Bereich des Turniers und da so einen schönen Lauf zu spüren, wo alles funktioniert, das ist natürlich herrlich. Also da kann man sich auch ein Stück weit mit Spieler 1 freuen. Was wir natürlich noch nicht wissen ist, was ist das für ein Zeitgenosse, denn wir sehen bisher nur die Maskerade, die wird sich erst am Ende des Turnieres lüften. So, Bube zurück. Hatte ich das Gefühl, dass ich damit am wenigsten hier kaputt machen kann. Tatsächlich aber war das sogar noch eine Unterstützung hier in dem Fall für den Alleinspieler, der zum Schneider geführt hat, gewonnen hätte er sowieso. Auch dieser Pick ohne 3 stand mal wieder blitzartig, Trumpf 3 zu 3, ein Kreuz, seine starke Ass-10-4er-Farbe war auch nicht einseitig verteilt. Gut. Läuft. So, und dann irgendwann, das sage ich euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es beim Zuschauen, ich habe einen Kommentar gelesen in einem der letzten Videos, der hat mir natürlich gut getan, dass es euch sogar beim Zuschauen schon anfängt, nervös zu machen, so eine Durststrecke. Und das interpretiere ich mal als Unterstützung hier, dass ihr euch auf meine Seite geschlagen habt, aber ich sage es euch, jetzt so, Spiel 12, langsam geht das los, dass ich hier natürlich auch die Tischplatte fester umgreife und mir denke, soll es das jetzt gewesen sein? Ein einziges gutes Spiel. Das nennt sich Durststrecke und das zieht dich natürlich schnell runter. Du bist ja beim Skat, um hier im Rennen zu bleiben, im Prinzip verpflichtet, auch immer mitzugehen, nachzulegen. Wenn dann eben nichts kommt, dann wirft es dich zurück. Und was ich auch schon sagte, das war in den ersten beiden Listen auch nicht anders. Es geht im Gegenspiel hier einfach gar nichts. Ich habe kaum Spiele umgebogen und auch hier sind wir schon wieder in Spiel 12 und noch kein einziges B-Spiel. Also die Tore der Gegner sind einfach wie zugenagelt oder ich finde noch nicht den richtigen Drive, noch nicht den richtigen Spin, um da mal durchzukommen. Ich würde aber nicht sagen, dass ich bisher grob fahrlässig irgendwo gespielt hätte oder irgendwelche Chancen versiebt hätte. Bei meinen Partnern habe ich die eine oder andere Optimierungskarte schon gesehen, aber ansonsten muss ich da wohl durch. Und ihr seid meine hoffentlich treuen Begleiter auch in diesen traurigen Stunden, wo kaum was kommt. So, jetzt aber mal. Dann hat er noch Karo dabei. Und Schmierung und noch einen. Und Schmierung. Und jetzt noch ein schöner Trumpfstich für meinen Partner. Ein schöner Trumpfstich noch für meinen Partner. Ja, ich denke das ist es. Es gibt nicht einen, es gibt sogar noch zwei Trumpfstiche und plötzlich sind wir mit 88 Augen dabei. Also das war ja in dem Fall gar nichts. Das ist schon fast wieder so viel, dass du sagen kannst, okay, den hätte nun wirklich jeder umgebogen. Gegen die Verteilung ging da gar nichts. Okay, auch kein Grund, deswegen eingeschnappt zu sein. 40 Augen, wichtig für mich. Und jetzt kommt hier mal ein Blatt, mit dem ich ein bisschen was machen kann. Hoffentlich für 18 oder für 20. Nein, das ist nicht der Fall. Und jetzt muss ich mich natürlich entscheiden. Also das ist jetzt so eins dieser Spiele. Wir sind ungefähr in der Mitte des Turniers. Ich stehe ganz ordentlich, aber in dieser Liste kommt gar nichts. Und das Spiel lässt man natürlich ausgesprochen ungern weggehen für einen Null. Denn ich habe nicht eine einzige Lusche in der Hand. Also Spieler 3 kann sehr leicht einen Null haben, während ich einen fast gerangen habe. Der braucht natürlich noch Verstärkung. Den dritten Buben im Skat oder noch einen Ass dazu. Oder eine günstige Bubenverteilung. Also es ist zwar grenzwertig, aber ich glaube, das Ding muss ich weiterreizen. Ah, und das ist natürlich wieder typisch. In dem Moment, wo du es dann für 22 bekommst, da weißt du schon, jetzt wird es haarig. Das heißt nämlich, Spieler 3 hat nicht den Null gereizt. Der hatte ich nur ein bisschen über den Herz rüber geschubst. Und ja, also jetzt erwarte ich keine gute Findung mehr. Und so ist es auch. Kreuz, Dame, Karo, 7. Übles Ding. Jetzt hätte man es gern für 20 gehabt, dann wäre es ein solides Sechstrumpf-Herzspiel. Auch kein richtig gutes, aber immer noch mit einer schönen Chance jenseits der 70%. Stattdessen, jetzt muss ich kreativ werden. Was kann ich bei 22 machen? Gut, ich könnte irgendwie 20 in den Keller hauen und krank spielen, aber das ist dann mir doch ein bisschen zu teuer und die Aussichten sind zu schlecht. Also meine Kreativität heißt ja mal erstens bei der Gegenreizung behalte ich mal eine blanke Pik 10 im Blatt, drückt 20 Augen und spielt den 4-Trümpfer-Kreuz. Da brauche ich kein Schneider spielen. Der hat also viele Möglichkeiten, sage ich mal. Erstens mal plane ich natürlich überhaupt nicht Trumpf zu ziehen. Dadurch kann ich an Trumpfvolle gegebenenfalls rankommen, wenn die Gegner irgendwann anfangen müssen. Aber logischerweise die Hauptchance in dem Spiel, um nicht zu sagen, das Zünglein an der Waage, nein, ist es auch nicht das Zünglein. Das große Paket an dieser Waage ist natürlich die Pik 10. Wenn die nach Hause geht, dann ergeben sich häufig auch noch weitere Zusatzstiche. Pik 1 kann dann häufig auch noch gestochen werden, weil das mir keiner zutraut. Und ja, nun zeige ich natürlich weiter ein bisschen von meiner Beikarte. Damit weiß jetzt Spieler 1 schon mal, dass ich hier vier Herzen habe. Und je mehr Fehlkartenstiche sie von mir kennen, desto wahrscheinlicher, dass sie mir die Pik 10 auch nicht zutrauen. So, 35 Augen. Karo Lusche kam mir ein bisschen schnell. Natürlich hätte lieber idealerweise natürlich schon Pik 1 gesehen, aber das war auch nicht zu erwarten, dass es so leicht wird. Jetzt ist eben nur die Frage, doch mal Trumpf spielen oder Karo rausspielen. Karo Lusche kommt mir irgendwie blank vor, so schnell wie die kam. Und dann möchte ich natürlich Karo auch nicht um wegen drausspielen. Dann doch vielleicht versuchen, den Spieler 3, der meines Wissens nach die Buben haben sollte, aufgrund der Reizung, hier mit dem Buben anzuspielen. Ja, und jetzt Pik bitte. Jetzt bitte Pik. Ja, das, nein, das gibt's doch gar nicht. Wie kommt Spieler 1 denn jetzt auf die Idee, da das Pik erst zu legen? Ich bin aufgeflogen. Wir sind geplatzt. Scotty, beam mich hier raus. Guck dir nicht diese Scheiße an. Wir machen uns hier grad zum Narren. Spieler 1, der sieht doch eigentlich schon, der muss doch noch Karos in der Hand haben, wo die Karo Lusche so schnell flog. Wie kam der denn jetzt allen Ernstes da auf die Idee, das Pik erst zu legen? Und was wir daran aussehen können, Spieler 3, der hat also ja, weder das Pik erst, den Pik Buben auch nicht. Also der hat ohne 2 sogar mich hier über diesen Herz rüber gehoben, wo er nur die Lusche hat. Das ist ja wirklich, das ist schon wirklich unglücklich. Ich konnte es jetzt natürlich nicht gewinnen, wo das Pik erst rauf ging. Ja, da hat Spieler 3 mich mit einer schlechten Karte, muss man sagen, ein bisschen hier mit reingerissen. Also, dass er da die 20 hält, das ist einfach ein bisschen Pech. Das macht auch nicht jeder Spieler, wenn ihr so ein bisschen sein Blatt verfolgt habt. Ne, eine Karo Lusche, eine Herz Lusche, rote Buben, in Pik den König zu dritt oder sowas und Kreuz Ass 10, Lusche. Ja, da, wenn ich da gesessen hätte, wäre ich wohl sofort bei 18 ausgestiegen. Ein anderer Spieler sagt sich dann, ach komm, ne, da treibe ich einmal ein bisschen und in dem Fall hat es mich tatsächlich in den Ruin getrieben. So, das sind jetzt Nackenschläge. Erst kommt nichts und dann noch so ein Ding. Und jetzt gucken wir uns schon wieder das nächste Spiel von Spieler 1 an. Herz spielt er diesmal nur einen Trumpf dagegen. Aber was macht denn mein Partner? Der nimmt null Augen mit. Ja, kann eigentlich ja nur bedeuten, dass er alle Trumpfstiche macht, aber nein. Er wollte seinen Trumpf 10 nicht aufgeben, die ohnehin tot war. Die hat er jetzt nur einen Stich später aufgegeben. Nur konnte ich jetzt leider nicht wimmeln. Und damit, ja, ist schon wieder der Rest beim Alleinspieler. Also Schneider wieder völlig unnötig. Also Spieler 3, der ist irgendwie auch, ja, gefühlt hat er so ein bisschen aufgegeben. Macht noch mir gegenüber ein bisschen Stunk. Aber im Gegenspiel jetzt mal Spieler 1 noch ein ein bisschen einzubremsen. Da ist er nicht so wirklich dabei. Schade. Das Spiel kannst du auch nur nehmen, wenn beide passen. Muss immer noch was drin liegen, aber wo schon wieder 18 unterwegs sind. Weichet von mir, ihr bösen Geister. 4 dagegen. Testen wir mal. Oh, das ist gut. Stechfarbe sofort gefunden. Ja, soll er ruhig seine Trumpf 10 auch noch verstechen. Viel dürfte er da nicht drauf bekommen. Also beide Trumpf vollen verstochen, aber nur 3 Augen in Pik eingesackt. Also das war soweit noch in Ordnung. Und es ist ein 6-Trümpfer. Wir sind allerdings hier schon, wie wir jetzt sehen, Trumpf gleich. Denn der Alleinspieler hat 2-mal gestochen, 2-mal gezogen. Ja, und da will ich ihm jetzt natürlich das Pik erst nicht mehr vorsetzen, sondern im Gegenteil jetzt mal eine Runde Trumpf mit ihm spielen. Gegen seine beiden Buben. Das heißt, wenn er mich jetzt in Karo anspielen muss, dann kann ich Buben abziehen, Pik Ass ziehen. Und das wird ... Oh, er spielt mich nicht an, sondern er spielt direkt Trumpf wieder raus. Und mein Partner hat noch Herz Ass. Dann würde ich sagen, ist hier alles geklar. Das waren 2-Farben-Spiel mit Karo Ass zu 4 dabei. Jetzt hat er eben alles auf eine Karte gesetzt und verbrennt auch noch das Karo Ass. Allerdings auch im Prinzip interessant. In Kreuz hat er doch auch Ass-10-Doppel-Lusche. Das heißt, er hat hier letztlich, um 6 Augen zu gewinnen, das schlechtere Spiel getauft. Der Kreuz ist schlechter als der einfache Karo. Der hat zwar nur 18 Augen gebracht, hätte aber eine stabilere Beikarte mit Ass-10-Lusche-Lusche. Und genau diese Schwäche in der Beikarte zwingt ihm jetzt quasi, Trumpf zu spielen. Beziehungsweise, wenn er Karo von oben spielt, hätte er auch verloren. Dann macht er zwar einen Stich mehr und damit verliert er das Spiel. Also kein starker Auftritt hier von Spieler 3. Ein bisschen überzogen. Hier ein sehr unnötiges Risiko, das schlechtere Spiel wegen 6 Punkten Unterschied zu taufen. Wird auch gleich bestraft. Ja, Spieler 1 profitiert. Alles läuft für ihn. Und ich muss doch irgendwie gucken und hoffen, dass ich noch so halbwegs aus dieser vermurksten Liste rauskomme. Und das heißt auch natürlich inzwischen in Spiel 17 hier mal das Risiko erhöhen. Ich liege ja jetzt nicht mehr so gut im Rennen. Wir haben Hälfte durch. Also mit anderen Worten, natürlich, der Zwischenstand zwingt mich jetzt auch taktisch anders vorzugehen. Da kann ich das nicht mehr alles aussitzen. Und jetzt, sage ich mal, habe ich hier wieder so ein Entscheidungsspiel. Für 24 habe ich es gekriegt und gut ist es noch nicht. Herz 10, Pik Dame. Hätte schlimmer kommen können, aber eine echte Verstärkung ist es nicht. 13 runter, Kreuz spielen und dann mal hoffen, dass ich die richtige Farbe getroffen habe. Nein, jetzt ist es wieder 13 in Herz gedrückt und es kommt Ass König auf den Tisch. Also manchmal kann man sich das auch nicht ausdenken. Hätte ich nicht einfach aus Versehen 13 Pik drücken können. Gut, so ist es nun mal. Nicht hadern, weiterspielen. Auf 0 Augen, Pik Lusche. Aber Spieler 3 tut mir nicht den Gefallen, auf Pik zu wechseln. Herz sind ja zum Glück raus. Gut, 28 Augen liegen, beide Trumpf vollen. Da muss ich jetzt in Karo was schnappen. Aha, 52. Gut, das gefällt natürlich schon wieder. Jetzt langt mir entweder die Trumpf 10 oder die Pik 10. Da muss ich tatsächlich erst noch mal ein bisschen nachdenken. Was ist jetzt schlauer? Auch einen Buben zu spielen, Pik zu spielen tatsächlich? Nein, ich spiele Trumpf und Trumpf sitzt glatt. Herrlich, damit bin ich Sieger. 52 liegen. Trumpf 10 kriege ich auf jeden Fall noch. Ja, in dem Fall muss man ja sagen, in dem Fall hat Spieler 3 dann alles richtig getroffen. Tritt nicht selbst mit Pik an, spielt mir auch nicht die 10 frei, spielt Trumpf rüber, um hier das Pik Ass noch zu kriegen. Also fast als ob er so mit ungleichen Waffen an die Spiele rangeht. Also bei Spieler 1 maximal harmlos, gegen mich maximal präzise, hochgereizt, stark gespielt. Allerdings zum Glück gegen den Trumpfstand gewinne ich das Ding doch mit 62. Ansonsten wäre das ja schon fast einem Totalabsturz gleich gekommen. Aber auch so richtig gut sieht die Liste nicht aus. Dass die mir Spaß macht, kann ich jetzt nicht behaupten. Na gut, auf einem gewissen Level macht Skat natürlich immer Spaß. Aber wenn du nur zuschaust, Spieler 1 sehe ich quasi die Wolke seiner großen Stiefel von Anfang an nur von hinten. Und balge mich hier, suhle mich im Sumpfe der B-Spiele zusammen mit Spieler 3. Uah! Und da wieder ein Ding mit rein. Herz und Karo Beikarten stehen auch jeweils glatt. Ich habe an beiden 2 nichts blank, nichts zu schnippeln, sogar noch Ass an der Seite. Eieiei. Und ich habe genau Karo König abgeworfen, aus Lusche König. Die 10 steht blank, also 6 Trumpf hier. Karo ist mit anderen Worten Schneider schwarz. Das ist schon vorhersehbar. Ach, schau an, er hat sogar die 7 Trumpf, konnte noch einen Karo drücken. Also dem fliegt es jetzt wirklich entgegen. 1072 zu liegen. Beispiel 18, großartiger Zwischenstand. Da pest also einer nach vorne. Den werden wir nachher mal auf dem Schirm nehmen. Dann kann ich zum Ende des Turniers euch mal verraten, wer Spieler 1 ist und wo der dann gelandet ist. Jetzt mache ich es auch mal anders. Nicht auf dem langen Weg die kurze Farbe, einfach auch mal ein bisschen variabel. Irgendwie muss doch immer ein Spiel umzuknicken sein. Herz war gar nicht schlecht getroffen. Einfach bestelltes Ass beim Alleinspieler. So, und Karo Ass wäre auch schon wieder nicht gegangen. Hätte ich potenziell erstmal wieder einen Überstich gehabt. Nun habe ich es mal anders gespielt, aber auch das wäre nicht dramatisch gewesen. 6 mal Trumpf. Ass bestellt. Ass bestellt. Kein Stück Karo. Also einfach ein stehender Sieg. Nix zu machen. 202 Punkte und die Serie ist gleich vorbei und es kommt nichts. Es kommt nichts. Ich beklag mich aber nicht. Doch. Beklag dich doch. Es ist ja gar nichts. Ja, aber Scotty, beim Skat gibt es nun mal manchmal nichts. Aber muss es denn in diesem Turnier so dumm sein? Das war interessant. Mit Karo, mit meiner Blanken, die Stechfarbe gefunden. Dann kann das natürlich bedeuten, dass er ein ganz starkes 2-Farben-Spiel hat, wo er nur Kreuz dabei hat. Ja. Oder es bedeutet, dass er hier in Herz die Schwäche hat, den König zu dritt. Das ist ja alles durchgelesen. Da kann ich mit der Dame noch schnippeln, alle Stiche hinziehen, volle einsammeln, bis es nicht mehr geht, bis keine mehr drin sind. Und das ist natürlich ein leichter Sieg, also wenigstens 40 Punkte verdient. Spieler 3 steht jetzt natürlich auch miserabel. Ich könnte sagen, anders als vorhin annonciert, immerhin mal ein paar Beat-Spiele. Ist auch gar keine Schadenfreude, aber bei meinem Stand brauche ich natürlich auch diese 40 Punkte. Das ist wie ein bisschen frische Atemluft, die mich so ein Stück weit noch im Rennen hält. Und jetzt das hier. Komm aber wieder nicht ran. Natürlich ist das nur ein Spiel, was man anreizen kann, nicht ausreizen sollte. Herz oder Karo mit zwei Assen zwar dabei, aber ohne viel Kontrolle in Trumpf und ohne viel Kontrolle in der anderen Beifarbe. Also müssen wir wieder aussteigen und schauen, was Spieler 3 da im Repertoire hat. Ich wechsle hier so ein bisschen durch die Farben. Okay, Herz war tatsächlich lang ausgespielt. Will nichts kaputt machen, will Sachen offen halten, aber wahrscheinlich gibt es hier in dem Spiel auch nichts offen zu halten für uns, denn das Spiel ist mal wieder zu gut. Jetzt Ass, Kreuz, Ass noch blank, alle Kreuzstiche stehen. Also das Spiel hat Spieler 3 leicht gewonnen. Er holt sich ein bisschen. Ja, das ist so diese Ping-Pong-Geschichte. So, jetzt aber, jetzt aber. Drei Asse, zwei Zehner, Karo Bube. Und für Passe, Passe. Jetzt muss noch mal was kommen. Okay, Kreuz, Bube. Damit ist es natürlich ein sehr guter Grang. Es ist natürlich gleichzeitig auch der Billigmacher, aber das akzeptieren wir hier jetzt mal so. Schneider scheint schwer möglich zu sein, denn jetzt gibt es natürlich drei Abgabestiche. Also einfach hier die Vollen hinziehen. Leicht gewinnen das Spiel. 98 Punkte. Ganz wichtig, um vor allen Dingen jetzt auch nicht zu weit zurückzufallen, denn in der nächsten Serie, es wird gesetzt, möchte ich ja auch noch einigermaßen weit vorne sitzen, wo solide gespielt wird, wo nicht alle schon mit den Hufen schaden und jede Kirsche reizen. Deswegen gar nicht unwichtig, jetzt hier noch ein paar Punkte zu bekommen. Und 23. Spiel. Null-Ouvert-Eingang. Ansatz. Null wäre natürlich noch erfreulicher, aber den reizt sich auf Null-Ouvert-Eine zu drücken. Dann empfiehlt es sich immer mal durchzuzählen, wie viel Eingangskarten einem hier helfen. Also ich kann beide Pikkarten finden und in Kreuz kann ich im Prinzip fünf Stück finden. Das Ass gilt auch, denn Kreuz sitzt ja nur in sehr seltenen Fällen dann komplett zu viert dagegen. Also zwei in Peak, fünf in Kreuz, Herz 7 und 8, Karo 7 und 8. Das sind die Karten, die ich da für mich verbuche. Das sind elf Karten, die ich finden kann, damit das ein ziemlich guter Null-Ouvert wird. Aber leider, ihr seht es hier, ich brauche gar nicht diese Theorie zu bemühen. Ich komme einfach nicht ran. Vorhand hält meine 46 und spielt jetzt einen Grang. Im ersten Stich ist schon ziemlich viel klar. Fünf mal Kreuz, mittlere Buben. Ja, nun hat er Herz Ass auch noch. Das bedeutet dann wohl, dass wir hier auch wieder nur aus dem Schneider kommen können. Ein Bubenstich natürlich noch, maximal noch zwei weitere Stiche, aber bei erst 27 Augen liegen wird das wohl nicht ganz reichen. Ja, ich überschlag hier gerade. Gibt es irgendeine Möglichkeit da, die Vollen an ihm vorbeizutragen, noch beide Peakstiche bei, in Stiche meines Partners zu legen? Gibt es wohl kaum, also kann ich da auch einen von anbieten. So, und da klappt die Karte auf. Herz 10 noch als Stehkarte dabei. Also war es das gewesen. Und es kommt das letzte Spiel. 340, also miserables Ergebnis. Aber jetzt nochmal. Einmal. 3 Buben, 2 Asse. Das muss mein Anschlusstreffer werden. Okay. Findung nicht wirklich eine Verstärkung, aber die Herz 10. Die Herz 10 ist dann nicht unwichtig. 13 Augen im Keller. Das ist für mich hier das ausschlaggebende Argument, um den Krank zu wagen. Der kann natürlich gefährlich werden, wenn Kreuz, Ass, 10, 9 in einer Hand dagegen stehen. Jetzt habe ich aber zwei Asse, in die ich auch wieder eingespielt werden kann. Deswegen vom Tempo her müsste das hinkommen. Gut, und wenn Kreuz auf den Tisch kommt oder nicht 3 zu 0 steht, mit Nichten in also 80% der Fälle und etwas aufwärts, wird das ein ganz leichter Gang. Ach, da kommt Kreuz, Ass. Und es fallen sogar 21 sofort. Dann gibt es ja sogar eine minimale Schneiderschance. Aber jetzt kommt Herz auf den Tisch. Ja, ist der unter dem Ass gespielt? Wahrscheinlich nicht. Die 10 ist im Keller. Ne, ist er nicht. Gut, hätte ich vielleicht doch stechen sollen und alles von oben ziehen. Aber letztlich, wenn ich nur noch Pik und Karo offen habe, Herz gestochen und Kreuz auch alles klar ist, können sie da auch nicht viel falsch machen. Gut, 1,96 zum Abschluss. Die beiden Spiele, die waren ja wirklich sehr wichtig für mich. Ich komme noch auf 486. Das ist natürlich kein gutes Ergebnis, aber es geht gerade noch. Es ist nicht der komplette Einbruch, nachdem es hier lange in der Liste aussah. Spieler 1, dem können wir gratulieren. Den sehen wir jetzt nur noch von hinten. Mal gucken, ob ich den noch mal angreifen kann. Aber erstmal bin ich natürlich jetzt abgestraft, deutlich zurückgefallen. Was haben wir jetzt liegen? 72 Spiele gespielt. 800 und 900, 1750 vorher. Also 2.200 Punkte. Das ist natürlich noch ein guter Schnitt auf eine sehr lange Sicht, aber auf dieses Turnier, auf eine kurze Sicht, ist das ein bisschen zu wenig. Da bin ich sicher. Na, Richtung Tisch 7, 8, 9 irgendwo zurückgefallen. Also das war ein Nackenschlag. Sagen wir es ehrlich, diese Serie war ein Nackenschlag und jetzt muss ich hier ein bisschen die Wunden lecken und hoffen, dass in den letzten beiden Serien der Trend sich wieder wendet und es wieder aufwärts geht. Jetzt muss ich auf jeden Fall auch das Risiko ein bisschen erhöhen, die Schlagzahl erhöhen und dann schaue ich mit euch die Tage, ob das funktioniert hat. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.